Also noch ein Versuch, zack, und ja! Egal wie Ihre neue Lieblingsbeschäftigung auf Ihre Familienmitglieder wirkt. Ich sage Ihnen, dieses Minigolfspiel für das heimische Badezimmer verbessert Ihr Handicap und Sie können auf die lästige Kleiderordnung getrost verzichten. So, einen habe ich noch. Zum Lieferumfang gehören ein halbrundes Grün aus Filz, ein Schläger, zwei Bälle, ein Golfloch mit Fahne sowie ein Türschild. Ach, was machst du denn hier? Ich spiele Golf. Du warst vorhin, weil jetzt bin ich dran, also raus. Zeitunglesen war gestern. Jetzt wird der Schläger auf Ihre ganz privaten kleinen Golfanlage geschwungen. Verfehlen Sie das Ziel einmal, spielen Sie einfach mit dem zweiten Ball für doppelt langes Spielvergnügen weiter. Damit Sie niemand bei Ihrer Trainingseinheit stört, hängen Sie das witzige Bitte-nicht-stören-Schild an die Tür. So verbessern Sie Ihr Handicap ganz in Ruhe. Eine witzige Überraschung für Ihre Gästetoilette und ein prima Geschenk für alle passionierten Golfer oder solche, die es werden wollen. Also, viel Spaß beim Putten. Oh! 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 Oh!